Hallo liebe Freunde ich war über sechs Monate in Pfeifballen. Ich bin direkt von Pfeifballen zu Pfeif Zürich rüber geflogen. Dieser Wechsel mit Natur ist einfach nur perfekt. Ich zeige euch heute einfach mal einen ganzen Tag wie ich so in Pfeif Zürich verbringe. Let's go! Momentan ist die greatest of all time. I am the second one. Sehr sehr liebe hier in Pfeif Zürich ist hier der Bereich von der Expansion. Liebe Freunde wenn ihr hier hinkommt sehr sehr liebe ist diese Kunst. Es wird wirklich sehr sehr schön gemacht. Party Feeling und wirklich ein Zuhause sein. Mein Lieblingstimmer ist 3 2 6 Team Ciao. Hier habe ich meine Zeit verbracht in Pfeif Zürich. Tolle Dusche. Wenn man auch draußen einen Kaffee trinken will, sitzt man hier in Ruhe und hat man diese schöne Aussicht um sich wirklich zu entspannen. Traumhaft. Hier in Pfeif Zürich haben wir ein super Techno Gym Gerät wo ich hier meine Beine trainiere. Brust, Rücken, Bizeps, Schulter, Nacken, zwei Laufbänder, zwei Crosslehner, ein Fahrrad und vor allem Kurzhantel für den Oberkörper. Schaut euch das mal an. Das ist der Innenpult. Der ist wirklich sehr sehr schön gemacht. Das ist der Saunabereich hier. Es ist hier genug Platz sich zu entspannen. In der Dampfsauna wirklich sehr sehr gut gemacht hier. Nach dem Sauna können wir auch in so einem Raum schön zur Ruhe kommen und entspannen. Nun sind wir im Soul Street. Let's go, come on. Einer meiner Lieblingsbereiche hier in Pfeif Zürich. Sehr cool. Tolle Küche. Ist wirklich sehr sehr schön. Sehr sehr liebe sind diese kleine Box. Hier im Penthouse haben wir eine riesen Theke. Ein DJ. Schaut euch diese tolle Aussicht an. Schaut euch das Penthouse an. Hat eine richtig coole Location und vor allem eine tolle Terrasse wo man einen Cocktail trinken kann mit seinen Freunden. Aber wir kommen in den Club einmal. Es gibt keinen besseren Club in Zürich seine Zeit zu verbringen und zu feiern.